Ja, seid ihr bereit? Ich wollte eben kurz erklären, worum es eigentlich geht. Also, damit das jetzt auch alle wissen, was jetzt eigentlich abgeht hier. Wir fahren jetzt zwölf Rennen. Am Ende dieser zwölf Rennen wird es halt so sein, dass die, die halt hinten sind, also quasi, sagen wir jetzt mal, ich bin auf Platz 1, dann habt ihr beide verloren. Das heißt, ihr beide müsst den Scheiß machen. Nicht nur einer, sondern beide. So, was wir machen ist, für viele wird es nicht so eklig sein, für mich und die anderen ist es eklig, weil wir mögen alle keine Pilze. Wir werden Pilze direkt aus dem Glas essen. Also, hier so leckere, leckere, leckere Champignons direkt aus dem Glas. So. Und weil man ja bekanntlich auch was dabei trinken sollte, werden wir dazu Sauerkrautsaft trinken. Dann werden wir verlieren. Ich werde das Ganze mal direkt in meinem Kühlschrank kalt stellen, weil, äh... Ja, ich weiß nicht, ob es besser ist kalt oder warm, keine Ahnung. Ich, äh, mach's einfach. Ja, ja, wir werden sehen. Animal Crossing in der Tür. Seit wann ist das im Winter? Gibt's vier Jahreszeiten. Echt? Ja. Ja, aber, äh, hä, ist das, was ich sonst immer hier so im, äh... Im Sommer, im Frühling-Style, ja. Hab's noch nie gesehen so. Ach, scheiß Roten. Ja, noch ne Roten, gönn dir. Ja, ne Grüne, gönn dir. Sag mal, warum schießt du Mario eigentlich nicht ab? Schützt du Mario, oder was? Ey, ich war auch so, bis ich nah an ihm bin, aber auch... Ja, genau. Erster Bittchen. Erste Runde von zwölf, ja. Aber ich hab so das Gefühl, die zwei spielen zusammen. Nein! Doch, doch. Wie... Wie hätt ich sie denn erwischen sollen? Sie war doch zweiter Mann! Ich bin immer so die Person, die eigentlich wartet, bis jemand vor mir kommt. Hm. Bestimmt. Ja, klar. Schieß sie zurück, sie ist vor dir, aber... Schieß sie zurück, kein Ding. Ey, Christian! Was ist? Du bist der gefährlichste Spieler hier. Hm. Ich sag ja, ihr spielt zusammen, ey. Aber gut, kein Problem. Nee, irgendwie nicht. Ich wusste das! Ich wusste das! Ich wusste das! Warum ist der immer so scheiße schnell, der? Ich schwöre es dir, Digga, hast du irgendwelche Mods drin oder so? Natürlich hab ich Mods drin, klar. Ich kann nix anderes. Och nö, 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 nö nicht. Mach doch kein Auge, mach doch kein Auge, mach doch kein Auge! Geil, aber ich will mich nicht zu früh freuen. Nein, da kommt eine rote. Nein, nein, warum trifft sie mich? Wieso? Komm, schnell boosten, schnell boosten. Nein! Jawoll! Oh, schön, da kommt ein blauer. Reicht doch! Nein! Oh, ich hatte gerade so eine Tröte, ne? Oh, richtig nervtötende. Mies, richtig mies. Egal, boosten. Zack. Bombe legen. Ich hoffe, ich habe euch beide erwischt. Ich hoffe es. Ja, hast du auch. Toll, Christian, du hast... Ja. Was? Christian wird wieder safe erster. Was denn? Nalo, ich... Ich bin... Oh, Mann. Ey, zwei Blitze in der anderen, was? Nein! Du verdammte Scheiße! Fick meine Eier, Mann! Ja, wieder eine rote, ist klar. Nein! Nein! Ja, und dann kommt dieser Scheiß-Bot-Blitz doch am Ende, ne? Geil. Einfach gut geil. Oh, boah, ist doch knapp. Alter, Mann. Boah, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Aber ich fasse weg, ey. Da hat nicht viel gefehlt. Oh, nein! Immer in dieser Kurve, ne? Ja. Da bin ich so schnell, dass ich da rausfliege, ey. Habt ihr nicht vorher noch so große Töne gespuckt, dass ihr mich fertig machen wollt und so? Dass ich verliere und so? Ja, was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja, nein! Jetzt will da keiner was von wissen, ne? Ja, dann wird die erste rote wieder gefressen. Geil. Da fahren die grüne. Echt? Okay. Das macht es auch nicht besser. Ich gar nicht. Nein, guck, wie viele rote denn noch, ey. Hallo. Ja, und blauer noch. Geil. Ich liebe blauer Panzer. Ich hab zwar noch selber nie einen gekriegt zum Schießen, aber ich krieg die dauernd ab. Ja, das war klar. Der Botblitz kam in die Runde ja noch nicht. Weißt du? Jetzt hat er einmal die eine Map gewonnen, jetzt nimmt er die direkt nochmal. Weißt du? Weil er denkt so, okay, dann bin ich hier. Stopp, was? Das ist für die erste Kurve gestreckte rote wieder. Das ist unfassbar. Der Blauen wieder. Oh, geil. Ich freu mich so. Komm schon. Ja, hier direkt mit der Kurve. Geil. Soll ich was sagen? Ich hab auch was Schönes. Nein, ich fall runter. Oh, man. Nein, nicht im Bild. Oh, er hat frische Bills noch. Oh. Nein, der lässt mich genau in der Kurve raus, die Drecksau. Genau in der Kurve lässt er mich raus und ich flieg runter, ey. Das ist so ein... Das ist so ein... Das ist so ein... Scheiße. Also, ich kann schon mal... Er nimmt die nochmal. Er nimmt die einfach nochmal. Die einzige Strecke auf der er gewinnt, ey. Ja, ich hab gleich geblitziert nochmal. Geil. Wer ist dein erster? Lina? Ja. Dann schieß doch mal eine rote nach vorne. Vielleicht noch eine. Vielleicht noch eine. Wer ist denn da? Piss dich! Piss dich! Piss! Ich mach euch. Ich fahre jetzt das Ziel. Hui! Hahaha! Lina, was ist los? Piss! 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 Ich bin aber dafür, ihr macht das nacheinander. Ihr könnt euch auch aussuchen, wer anfängt. Hier, bitte. Okay, nacheinander bitte, ja? Ich fang an, ja? Oh, oh, Digga, nein. Digga, nein. Oh, was, ich klicke jetzt schon drauf. Es ist schade, dass das Handy so tief ist, man kann gar nicht sehen, dass da so ein leckerer Pilz drauf ist. Ah, okay. Da ist ein Tropfen unter deinem Löffel, musst du aufpassen, der tropft gleich. Nein, Digga, mach nicht. Nein, Digga, mach nicht. Nein, Digga, mach nicht. Stell dir so an, jetzt rein da. Hand weg, ich werde das sehen. Hand weg. Nicht ausspucken, hallo, nicht ausspucken, hallo. Oh, nee. Oh, Digga, ich krieg's nicht runter, ey. Oh, die Scheiße. Digga, nein, Mann, ich krieg's nicht runter. Hast du denn in Sicht die erste ausgespuckt? Ja, ich krieg's nicht runter, Mann. Von vorne, fünf Stück, ne? Fünf Stück von vorne. Digga, Mann, ich krieg's nicht runter. Du musst einfach nur schnell kauen und dann runter schlucken. Fertig. Ich krieg's nicht runter. Ja, du musst auch schlucken. Kauen und schlucken. Nimm einen Schluck Sauerkrautsaft, dann geht das. Ooaah. What? Ooaah, Ohoah. Ooaah, Scheiße. Hat doch der Coe da hinterher. Du meinst, das macht das besser, ja? Boah, Digga, nein, ey. Ey, die Pütte krieg ich nicht runter, man beim besten Willen nicht, ey. Du schaffst das, du schaffst das, hau rein. Nein, nein. Hau rein jetzt. Na gut, auf Ehrenbasis wieder, okay. Ja komm, genau, mit dem Finger in den Ring rein, komm, zeig. Wohl, und kaut, 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 kaut. Boah, Digga, mir krieg ich nicht runter, ey, boah. Komm, vier Stück fehlen noch, vier Stück fehlen noch. Nee, Digga, lass, ey, boah. Nee, Digga, mir krieg ich echt nicht runter, ey, sorry, aber nee, das fehlt nicht, ey. Ist das ein Pilz? Zeig mal die Kamera, das ist ja voll klar. Lina, oder? Hm, sieht gut aus, das ist ein Selfie. Ist ja gut, Mario, jetzt. So, okay. Digga, sorry, warte. Ja, warte, Lina ist dran jetzt. Boah. Boah, ich will, das stinkt so widerlich. Okay, wenn ich kotze mal. Nee, das ist ein Schell. Boah, fuck, Alter. Was seid ihr für weiche Eier, Mensch, hau rein da. Digga, ess du doch, ess du doch. Feigen Tag, ah. Guck mal, sieh dir direkt den nächsten, guck dir das an. Ja, Digga, die hat auch gescheiden, Digga, ich hab ganze Pilze. Boah, ne. Boah, Mario, da stinkt die Katzenfutter, Junge. Also fünf Stück. Fünf Stück? Nein, Lina, du ess... Mario hat nur einen geschafft. Mehr krieg ich echt nicht runter, Digga, hast du ja gesehen? Ich kotze ja gleich schon, ey. Nein, wie ehrlich. Boah, ich schluck die nur noch runter, Junge, ich komm nicht mehr. Warte. Boah. Wo ist Mario, ey? Der ist die Sache wegbringen. Glaubst du doch nicht wirklich, dass er da noch weitermacht? Ja, ich zieh durch. Wettschulden sind Erdschulden. Ich kau nicht mal mehr, ich schluck runter. Ich folge, Leute, ich bin so tot. Ja, hör doch auf! Nein! Ich hab ne Wette... Ich will eine Wette eingenommen, ich zieh sie durch. War das jetzt der vierte, ne? Hm. Die Frau hat Eier. Ich hätte jetzt fast gesagt mehr als du, aber... Ey, meiner war ein ganzer Pils, der Fäderstuhl für 5, ey. Ey, es ist so schwer, die hier rauskriegen. Ja, okay, ein ganzer Pils ist natürlich mehr als die Scheibe, das stimmt. Ich hab einen schönen, kräftigen Schluck hinterher. Genau. Einen schönen, kräftigen Schluck weg. Okay. Okay. Okay, komm. Okay. Ich zieh durch. Nee, Alter. Boah, das dritte richtig Pils. Tja, das sollte euch eine Lehre gewesen sein. Lehre. Ja, stimmt. Auf jeden Fall Respekt vor meiner... Das ist ja auf jeden Fall Respekt meinerseits. Also... Nicht schlecht. So. Weil ich aber kein Arschloch sein will. Ehrenmann, Ehrenmann. Werde ich jetzt, äh... Den müsst auch mal probieren. Ohhhh. Ja. Ja. Guck mal, Chris. Er riecht. Siehst du? Siehst du? Ey! Aber sag, Chris! Deine Reaktion muss auch ins Video rein. Boah! Sind das auch ganze Pilze? Nee, Scheiben. Wir haben genau die gleiche Säure, Chris. Genau die gleiche. Scheiben. Kann man das sehen? Scheiben. Ja. Das ist vielleicht schwer, die rauszuholen. Die sind so, so, so weich, dass du die kaum packen kannst. Ja. 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 Augen zu und durch, Digga. Hehehe. 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 Augen zu und durch. Hehehe. 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 Ehehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehehe. Hehehe. 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 Hehehehe. Aber natürlich auf den Schienen k..." Herrschifft, Chris. Sauerkrabssafft. Schön in Michael Chris. Das schmeckt die, das riecht nach Katzenfutter oder! Sonst riecht nach Sauerkraut, also... Haargenau wie Sauerkraut. Also wenn mir... Was... Wonach soll Sauerkraut-Saft noch sonst riechen, ne? Katzenfutter. Aber bei mir hat's doch voll nach Katzenfutter gestunken. Ja, ich hab doch schon nie Sauerkraut gegessen, oder? Doch. Aber... Das ist beides widerlich. Trinken und Essen ist widerlich. Ich weiß jetzt schon... Ey, ohne Witz, ich weiß jetzt schon, dass die in der Gruppe voll abgehen werden, wenn die unsere drei Reaktionen sehen, ey. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Sauerkraut finde ich ja gar nicht so schlimm. Pilze finde ich jetzt viel schlimmer, aber Sauerkraut... Ja. Ja, das stimmt. Ich bin nur gespannt, wie der Saft jetzt schmeckt. Aber ansonsten... Sauerkraut essen tue ich ja auch, aber... Wider... Widerlich, Digga. Widerlich. Woher bekomm's. Salud. Lina, er zieht einfach so durch. Er überdenkt sein Leben grad nach. Er denkt sich so gerade, boah, hab ich die Scheiße weggebracht. Jaaa! Was? Ein Top! Er ist ein kranker Freak, man. Er liebt das. Ohne Witz, schmeckt nach Sauerkraut, ist halt nur sehr salzig, finde ich. Das Schlimme war einfach nur die Pilze. Die sind echt schlimm. Ja, Mann. Die stinken erstmal wie Scheiße, wenn die aus dem Glas kommen. Jaaa. Und dazu schmecken die auch noch so. Also... Ja, wer weitere Videos davon sehen möchte, der kann natürlich gerne einen Kommentar da lassen. Dann gucken wir mal... Und das Abo nicht vergessen. Was? Das Abo nicht vergessen. Genau, das Abo nicht vergessen. Haut den Daumen nach oben und blau, ne? Und blau, ja. Dann gibt's mehr solche Videos. Ja, dann gibt's mehr davon.